Wie Finanzlobby und Regierungen Ihnen das Gold vermiesen wollen Es gibt gute Gründe gegen Gold. Zum Beispiel produziert Gold keine laufende Rendite. Als Krisenasset ist es jedoch unschlagbar. Allerdings hat die Finanzlobby kein großes Interesse daran, dass sie Gold in größeren Mengen erwerben. Physisches Gold behält man in der Regel und tradet es nicht, sodass die Finanzbranche daran nicht viel verdient. Außerdem haben sie sich damit ein Stück weit von ihren Finanzdienstleister emanzipiert. Denn das Gold befindet sich dann in ihrer Verfügungsgewalt. Sie können also nicht so leicht manipuliert werden. Und die Staaten haben sowieso kein Interesse, dass sie physisches Gold halten, denn man kann wesentlich schlechter auf ihr Vermögen zugreifen oder es konfiszieren. Mit meinem Publikumsfonds P1 Global Value Fund WKN A0NE9G und Max-Otter-Vermögensbildungsfonds WKN A1J3AM darf ich nicht in physisches Gold investieren. Die Regeln und Gesetze lassen dies für Publikumsfonds nicht zu. Nur in Gold-Zertifikate, also Bankprodukte, dürfte ich investieren, was ich aufgrund unseres Reinheitsgebots der Kapitalanlage nicht mache. Man sieht, dass diese Gesetze von Lobbyisten verfasst würden. Nur im Max-Otter-Multiple-Opportunities-Fund WKN A2-ASSR, einem AIF, Alternativen Investmentfonds für professionelle Investoren, darf ich physisches Gold halten. Auch die lobbyhörigen Medien tun ihr Bestes, uns Gold madig zu machen. So schreibt Spiegel Online am 16. April 2019. Deutsche horten so viel Gold wie nie. Niedrige Zinsen und unsichere Märkte. Wo soll man da noch investieren? Viele Sparer kaufen Gold, obwohl diese Anlageform viele Nachteile hat. Das ist eine Überschrift wie von der Finanzlobby bestellt. Wenn man dann in den Artikel schaut, beschränken sich die vielen Nachteile darauf, dass Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft und auf lange Sicht bisher nur halb so viel Rendite wie Aktien gebracht hat. Damit betreibt der Spiegel wieder einmal Framing. Natürlich ist Gold nicht der langfristige Renditebringer. Das sind Aktien, Immobilien und in einem geringen Umfang Anleihen. Aber Gold ist als Versicherung und Absicherung in ihrem Portfolio unabdingbar. Gerade in unruhigen Zeiten.